Moin, herzlich willkommen zum 15. Video der Playlist Gleichung umform. Ich habe dir heute eine Gleichung mitgebracht, die häufig beim Strahlensatz verwendet wird und wo ganz häufig Fehler gemacht werden und aus diesem Grund schauen wir uns jetzt einfach mal das zusammen an. Die Aufgabe siehst du eingeblendet, nimm dir mal auf jeden Fall ein bisschen Zeit, pausier das Video und danach schauen wir uns das zusammen an. Bei allen Gleichungen, die wir nach einer Variable auflösen wollen, ist es immer so, dass die Variable am Ende alleine auf einer Seite stehen soll. Wir wollen nun nach d auflösen und wir sehen hier zwei Brüche. Und merke dir, wenn die gesuchte Variable im Nenner steht, also unterhalb des Bruchstriches, ist es immer ungünstig. Das wollen wir nie haben. Wir wollen sie immer im Zähler stehen haben. Das Gute ist aber, in der Mathematik gibt es Möglichkeiten, mit denen wir halt Zahlen und Buchstaben aus dem Nenner in den Zähler bekommen können. Und in diesem Fall merkt ihr ganz, ganz wichtig, wir haben zwei Brüche stehen und wir können auf beiden Seiten einmal den Kehrbruch anwenden. Das heißt, wir können Nenner und Zähler auf beiden Seiten einmal tauschen. Wichtig ist, dass du auf beiden Seiten den kompletten Nenner und den kompletten Zähler einmal umschreibst. Und wenn du das gemacht hast, hat sich an der Gleichung nichts geändert. Aber jetzt sehen wir, unsere Variable d ist jetzt plötzlich im Zähler. Und das ist sehr, sehr gut. Nun, im nächsten Schritt wollen wir das d alleine haben. Was wir jetzt machen, wir multiplizieren einmal mit c. Wir rechnen mal c, weil es wird ja einmal durch c hier und dividiert, weil es im Nenner steht. Und wenn wir jetzt mal c rechnen, würde sich das auf der rechten Seite auf jeden Fall wegkürzen, weil c geteilt durch c, das ist so wie 5 geteilt durch 5, ist 1. Und somit würde das wegfallen. Nun schreiben wir uns das gleiche Zeichen ab und auf der linken Seite bleibt natürlich das gleiche erstmal stehen, a durch b. Jetzt müssen wir natürlich hier auch mal c rechnen. Wir müssen ja auf beiden Seiten das gleiche machen. Und auf der rechten Seite bleibt nur noch 1 plus d stehen. Jetzt sind wir schon so gut wie am Ziel. Wir wollen ja d alleine haben und nicht 1 plus d. Und deswegen müssen wir am Ende noch einmal minus 1 rechnen. Wichtig, minus 1, weil dort steht ja 1 plus. Und wenn wir das Gegenteil machen, minus 1 fällt es halt weg. Plus 1, minus 1 ist 0. Und somit würde d alleine auf einer Seite stehen bleiben. Ich schreibe mal die gesuchte Variable nach links. d ist gleich. Dann würde alles stehen bleiben, also a durch b mal c. Und am Ende würde noch einfach eine minus 1 dahinter kommen. Und somit wären wir schon mit der Aufgabe fertig. Und wir hätten es richtig nach d umgeformt. Du kannst ja gerne mal kommentieren, ob du auf die richtige Lösung gekommen bist. Wenn nicht, ist es gar nicht schlimm. Hauptsache, du konntest die Lösung nachvollziehen. Und so lernt man Stück für Stück in jedem Video etwas dazu. Ich freue mich dann aufs nächste Video. Bis dann. Ciao, ciao.